Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 16.07.2024 und unser DAX hat sich zum Montag erst mal wieder in seine alte Spanne zurückgeworfen, unter den Abwärtsrennen, unter die Wasseroberfläche zurückgetaucht. Wir hatten verschiedene Sachen durchgesprochen, so richtig hat er von dem, was oben benannt wurde, nichts gemacht. Er hat zwar am Anfang sich relativ ruhig gezeigt, ich hätte ihm sogar durchaus zugetraut, dass er sich daraus eben auch für hochgetreten bekommt. Wir sind die 8.30 rein, wir hatten ja nun das Trump-Appentat auch ein bisschen mit dem Hintergrund, deswegen war davon auszugehen, dass es ein Trendtrag werden kann, entweder nach oben durch oder nach unten durch, das hatten wir auch früh gleich im ersten Update geschrieben. Nachdem der hier aber so ruhig und stabil lag, hätte ich ihm tatsächlich durchaus zugetraut, dass das nach oben rausgeht und er hat sich aber nach unten plumpsen lassen, tief gerissen, 700 gerissen und das war ja hier ausschlaggebend, beziehungsweise aus der gestrigen Analyse, so dieser Knackpunkt halt, dass wir gesagt haben, okay, unter 700 unterhalb dieser Trendlinie kann er nochmal zurück in die 6.20 und wenn er sich dort nicht gefangen kriegt, hier auf 6.20, dann droht auch Tieferes und so ist es dann auch gekommen. Er hat sich auf 6.20 nicht so wirklich stabilisiert bekommen, 6.50, 6.20, so alles Unterstützung gewesen, da war überall mal so ein bisschen was drin, aber auch nicht richtig. Er ist jetzt hier zurück auf die alte Channel-Kante von oben gefallen, also nicht Channel, es ist ja die bärische Flagge gewesen, die wir uns hier immer mal mit angeguckt hatten, da hat er jetzt einmal punktgenau aufgesetzt. Ich sag mal, die jetzt nach oben zu drehen, das passt von den Wellenbewegungen hier eigentlich nicht. Wir haben aber hier so was Ähnliches gesehen, ja, guck mal, hier ist er auch einmal langgezogen, zurückgekommen und dann nochmal hochgezerrt. Wenn er das bringt, müsste er jetzt erstmal über eine 6,10, 6.30 wieder drüber. Gelingt ihm das? Könnte man sagen, oberhalb von 6.30 wird man vielleicht ein bisschen longorientierter. Ich hatte ja gestern auch so sinngemäß gesagt, dass er dann unter 7.00 schon eher Richtung 6.20 und unter 6.00 auch noch eher Richtung mittleres Tagesband usw. gerichtet wäre. Sollte er jetzt über die 6.30 gehen, würde ich, glaube ich, erstmal nicht unbedingt den Short halten wollen. Über 6.10, 6.30 würde ich eher damit rechnen, dass er nochmal das hier probiert halten, wie er das hier gemacht hat, also hier nochmal zurückzustarken in die 7.00 rein, an die Linie. Und wenn er die dann nach oben auch ausgebe bekommt, dann können wir natürlich auch wieder über 18.800, 18.000, 18.000, 18.000, 18.30 sprechen. Ja, das wäre so, denke ich, dann auch schon in so einem Dienstag erreichbar, wenn er sich wirklich gut macht und auftritt. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir hier jetzt wieder auf diese obere bärische Flackenkante draufgesetzt haben und die beim letzten Mal eben nach so einer ausgiebigen Aufwärtswelle im Rücklauf auch gehalten und verteidigt wurde und auch gut wieder nach oben gedreht hat, auch wenn er dann später nochmal den ganzen Tag zurückkam. Aber das ist jetzt erstmal so der eine Knackpunkt, ja, dann gehen wir über eine 6.10, 6.30 wieder drüber, kriegen wir eine Chance in die 7.00, knackt für die 7.00 nach oben, ist die nächste Zielstation 8.30, Punkt. Sollten wir das aber nicht tun und der fällt uns hier einfach weiter runter. Dann haben wir hier nochmal ein Gap, das liegt im Bereich um 5.10, steht dann aber da auch relativ alleine, ja, 6.10, 7.80, das ist noch, äh, 4.80 ist nochmal so ein Unterstützungsbereich, würde aber, Entschuldigung, jetzt habe ich gesagt 8.16, ne, 18.510, 18.480, das ist die Unterstützungszone hier, ja, in der unser DAX nochmal Support finden kann, allerdings wüsste ich nicht so richtig, wie er das hinkriegen soll, dass ihm das reicht, weil das, wie gesagt, relativ alleine steht, also, weil Sinn machen würde, dass, wenn er vielleicht ein bisschen stärker reinkommt, Fehlsignal an 6.30 steht und dann auf eine 5.10, dann würde die nach oben reagieren, ne, wenn er oben anteuscht, dann kann er unten an sowas wie dem Gap Plus hier dann eben auch wieder gut auftreten, das würde funktionieren, das würde er hinkriegen. Äh, wenn er jetzt so direkt nach unten fällt, glaub ich nicht, dass der ja schon an einer 5.10 dann wieder hoch geht, da geht er bestimmt tiefer. Ja, tiefer hätten wir dann anzubieten hier wieder im Bereich um, was ist denn das hier so, 4.60, 4.40 und dann eben auf Tagesebene, das hatten wir ja gestern auch schon gesagt, ähm, dann Richtung mittleres Band hin, ja, 3.35, 3.60 bis 2.80 runter, das mittlere Band liegt jetzt auf, wartet, krieg ich das hier angezeigt? Krieg ich nicht, hä? Wartet, boah, da muss ich mir mal das Ding heranholen, dass ich das wenigstens mit der Maus abgegriffen kriege. Naja, es ist doch, es ist noch so ein Bereich um 3. 3.35 bis 3.60, ja, das wäre dann so eine nächste Anlaufstelle, wenn wir jetzt hier eben auch noch eintreten und durchtauchen. Okay, hier sehen wir zumindest erst mal noch, auf 5.10 kriegen wir noch einen Support über eine alte Trendlinie, dann steht die 5.10 vielleicht doch nicht so alleine, wie ich das ursprünglich gedacht hätte, aber ich würde trotzdem nicht denken, dass er das gehalten kriegt, wenn er direkt früh auf die 5.10 stürzt, jetzt hier, ich sag mal, ein kleines, schnelles Morgentief und dann wieder aufdrehen. Und er würde vielleicht zu einem Mittwoch passen, vielleicht auch an einem Freitag, aber an einem Dienstag holt er meistens mehr aus und guckt mal die ganzen letzten Dienstage an. Da haben wir immer das Tief ziemlich spät gekriegt, immer eigentlich fast auf die Minute genau gleich gewesen, auf die Minute fast gleich gewesen die letzten Wochen, fast vor den Amerikanern oder mit den Amerikanern dann halt aufgedreht. Und wie soll er das hinkriegen, dass er da erst bei 5.10 steht? Also wenn er schwach notiert, dann bis 14.30, selbst wenn er ein normales Dienstag vom Tag 7 macht, ist er dann auch meistens so nach um 11 rum. Weiß ich nicht. Also es ist eine Marke, gucken wir uns mal in. Wenn sie denn dann ordentlich nach oben reagiert, dann kann man vielleicht auch noch was nachstellen und den Stop-Loss drunter werfen, aber so frontal. Ich glaube, ich würde sie eher als Ziel für einen Short nehmen, um eine Position zu reduzieren, wenn ich einen Short drin habe, das ja, aber unbedingt einen Long eröffnen an der 5.10, wäre mir wahrscheinlich dafür zu heiß. Ja, also ich denke, es wird sich also wahrscheinlich eher in zwei Szenarien aufteilen, die interessant werden für den Dienstag. Also einmal frontal direkt von dieser Kante jetzt hier die Nummer quasi immer abspielen, das heißt rüber über die 6.10, rein in die 700 und dann der Entscheidung, ob er durchgeht oder nicht. Ja, das denke ich, wird so eines der wahrscheinlichsten Szenarien oder eben er rutscht hier wirklich noch einen ganzen Meter runter und setzt vielleicht zum Nachmittag dann nochmal einen Tiefpunkt, vielleicht jetzt sogar genau auf die Linie. Das wäre Dienstagstief auf Dienstagstief auf Dienstagstief. Ja, ich setze es jetzt mal einfach so an und dann sind wir hier bei 400. Ja, das würde natürlich dann auch auf einen Nachmittag schön passen, ja. Ja, das würde er hinkriegen. Nachmittag auf die 400, wieder Kurs nach US Open. Das wäre perfekt. Also was heißt perfekt, aber es wäre ziemlich lustig. Und der Markt hat ja oft so einen Hang zu so einer Symmetrie oder Harmonie auch. Ja, sollte man vielleicht mal mit dem Hinterkopf behalten. Aber ich denke, es wird sich so eher in die Richtung orientieren. Ja, dass wir eher ein tieferes Tiefpunkt kriegen, auch vielleicht nicht mal unbedingt die 5.10. Wenn sie dann doch reagiert, dann ist das okay, wir kennen die Marke. Ja, ja, dann können wir uns da auch noch irgendwo versuchen, ein paar Punkte mitzunehmen oder daraus zu Schlussfolgerungen. Aber ich denke eher auch aus der Konstellation heraus, die fette rote Tageskerze jetzt hier, die hätte durchaus auch das Zeug hier ein bisschen mehr zurückzuspulen. Ja, also von daher, entweder rechne ich damit, dass wir am Nachmittag rein dieses Tiefkriegen hier bei 400, wenn er sich schwach zeigt. Wenn er aber von Beginn an nur steigt, soll er wieder an die Linie ran, kann er hier eine grüne Kerze daneben schrauben, genauso wie die rote, einmal umgedreht als grüne, das wäre auch typisch für den DAX. Und dann kann er hier am Mittwoch, Donnerstag nach oben rauszimmern, wäre auch üblich. Ja, und von daher denke ich, sind das wohl die beiden Szenarien, zwischen denen es sich entscheiden wird. Ich wünsche euch damit viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.